1. Lukas Kapitel 24 Verse 44 und 45 Vers 44 Und er sprach zu ihnen, Das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles, was geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen, über mich erfüllt werden. Vers 45 Dann öffnete er ihnen den Verstand, damit sie die Schrift verstehen könnten. Am Ende dieser Botschaft werden wir alle sehen, warum Gott drei Predigten in der Apostelgeschichte gerettet hat, Die Predigt von Petrus in Apostelgeschichte 2, die wir hier jedes Pfingsten haben, hat 400 Wörter. Die Predigt des Paulus in Apostelgeschichte 13 hat jeweils etwa 450 Wörter. Stefan bekommt doppelt so viel Platz für seine Botschaft. Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, spricht oder schreibt nicht auf Hebräisch oder Aramäisch. Wir wissen das, weil er alle Verse, die er aus seiner Version des Lukas-Evangeliums und dieser Apostelgeschichte zitiert, nur aus der Septuaginta zitiert. Es ist erstaunlich, dass Lukas hauptsächlich von Augenzeugen berichten wird, von denen er bis zur letzten Hälfte der Apostelgeschichte keiner war, wenn er unter Verwendung der Pluralpronomen wir und uns schreiben wird, wenn wir wissen, dass er dort mit Paul, Silas und war schließlich Timmese auf ihren Reisen. Die heutige Botschaft bezieht sich auf die Predigt von Stephanus in Apostelgeschichte, Kapitel 7, also werden wir das Szenario für die unglaubliche Demonstration des Glaubens durch diesen Mann festlegen, indem wir mit Apostelgeschichte, Kapitel 6 beginnen. Bitte gehen Sie mit mir zu Apostelgeschichte, Kapitel 6, Vers 8. Apostelgeschichte, Kapitel 6, Vers 8 und Stephanus, voller Glaubenskraft, tat große Wunder und Wunder unter dem Volk. Vers 9 Da standen etliche aus der Synagoge auf, die Synagoge der Libertiner und Kyrenier und Alexandreiner und von ihnen aus Kilikien und Asien genannt wird, und stritten mit Stephanus. Wer waren diese vier genannten Gruppen? Die Libertines? Hellenisierte Juden, von denen der römische Historiker Tacitus schrieb, dass 4.000 von Kaiser Claudius nach Sardinien verbannt wurden. Dies sei Renier? Simon und seine Söhne Alexander und Rufus, Matthäus, Kapitel 27, Vers 32, Markus, Kapitel 15, Vers 21, Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 10. Simon ist am bekanntesten für seine Hilfe beim Tragen des Kreuzes Jesu in den Evangelien. Die Alexandreiner? Der große jüdische Lehrer Philo, er war sehr einflussreich und stammte aus Ägypten, die geschätzte jüdische Bevölkerung betrug 100.000. Kilikien? Kennt jemand jemanden aus Kilikien? Der Mansol, der in Kapitel 7 vorgestellt wird und später in der Apostelgeschichte als Paulus bekannt sein wird. Apostelgeschichte 21, Vers 39, 22, Vers 3. Jetzt weiter in Apostelgeschichte 6, Vers 10. Und sie konnten der Weisheit und dem Geist, durch den er sprach, nicht widerstehen. Jesus sagte, indem er Lukas 21 Uhr und 15 Minuten zitierte, denn ich werde dir einen Mund und Weisheit geben, denen keiner deiner Widersacher widerstehen oder widersprechen kann. Dies zeigt uns, dass die von Gottes heiligem Geist gegebenen prophetischen Segnungen bereits zu Beginn des großen Auftrags in der Apostelgeschichte verwirklicht werden. Fortsetzung in Vers 11 Dann brachten sie heimlich Männer herein, die sagten, wir haben ihn lästerliche Worte gegen Mose und Gott sprechen hören. Bevor wir zu Stevens Predigt in Kapitel 7 kommen, sollten sie wissen, dass 95% seiner Botschaft direkt aus den ersten fünf Büchern Moses zitiert werden. Denken sie daran. Vers 12 Und sie erregten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten und kamen über ihn und fingen ihn und brachten ihn zum Rat. Vier Beispiele, sie brauchen sich dort nicht umzudrehen, ich lese für sie vor. Apostelgeschichte Kapitel 13 Vers 50 Aber die Juden erregten die frommen und ehrbaren Frauen und die Anführer der Stadt und erhoben Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Bezirk. Apostelgeschichte Kapitel 14 Vers 2 Aber die ungläubigen Juden haben die Heiden aufgestachelt und ihre Sinne gegen die Brüder verbittert. Apostelgeschichte 17 Vers 13 Als aber die Juden von Thessalonich erfuhren, dass das Wort Gottes von Paulus in Beröer gepredigt wurde, kamen sie auch dorthin und erregten das Volk. Apostelgeschichte 21 Vers 27 Und als die sieben Tage zu Ende waren, erregten die Juden aus Asien, als sie ihn im Tempel sahen, alles Volk und legten Hände an ihn. Apostelgeschichte Kapitel 6 Vers 13 Und falsche Zeugen aufgestellt, die sagten, dieser Mann hört nicht auf, lästerliche Worte gegen dieses Heiligtum und das Gesetz zu sprechen. Ein paar Beispiele, die sie nicht drehen müssen. Exodus 20 Vers 16 Deuteronomium 5 Vers 20, 19 Verse 16, 18 in Bezug auf das Ablegen eines falschen Zeugnisses Sprüche Kapitel 6, 12, 14, 19, 21 und 25 auch über falsche Zeugen Genau die Sünden, derer die jüdische Führung Stephen beschuldigte, waren sie selbst schuldig, weil sie sie praktizierten. Apostelgeschichte 6 Vers 14 Denn wir haben ihn sagen hören, dass dieser Jesus von Nazareth diesen Ort zerstört und die Bräuche ändern wird, die uns Mose überliefert hat. Bräuche im Zusammenhang mit den Meinungsverschiedenheiten des Paulus mit den Juden finden sich später in Apostelgeschichte 16, Vers 21, 21, 26, Vers 3, 28, 17. Denken Sie daran, dass alles, was später dem Apostel Paulus zu und widerfahren wird, zuerst vorherrschendes Recht sein wird hier in dieser Geschichte gegen Stephen. Vers 15 Stephen und alle, die im Rat saßen, blickten ihn fest an und sahen sein Angesicht, wie es das Angesicht eines Engels gewesen war. In den meisten Kommentaren strahlt Stephens Gesicht wie Moses in Exodus. Apostelgeschichte Kapitel 7 Vers 1 Da sprach der hohe Priester, ist das so? Stephen bereitet vor, was Paulus, nach seiner Bekehrung, zu seiner Verteidigung verwenden wird. Apostelgeschichte 26, Vers 22 Deshalb stehe ich, nachdem ich bis heute Hilfe von Gott erhalten habe, da und bezeuge sowohl den Kleinen als auch den Großen und sage nichts anderes als das, was die Propheten und Moses angekündigt haben. Apostelgeschichte 28 Vers 23 Und als sie ihm einen Tag bestimmt hatten, kamen viele zu ihm in seiner Wohnung, denen er das Reich Gottes erklärt und bezeugte, indes er sie von morgens bis abends sowohl aus dem Gesetz des Mose als auch aus den Propheten von Jesus überzeugte. Apostelgeschichte 7, Vers 2 Und er sprach, Männer, Brüder und Väter, hört zu, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er im Mesopotamienkrieg, bevor er in Harran wohnte. Zeigt Respekt, veranschaulicht, dass die anfängliche Erzählung in der Bibel prophetisch ist, nicht nur Gottes Gesetz. Vers 3 Und sprach zu ihm, Geh aus deinem Land und von deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Genesis 12 Vers 1 Abraham ist der Pionier, Mose tritt in seine Fußstapfen. Vers 4 Dann kam er aus dem Land der Chaldea und wohnte in Harran, und als sein Vater gestorben war, folgte er ihm von dort in diesem Land, in dem ihr jetzt wohnt. Prophetisch Vers 5 Und er gab ihm darin kein Erbe, nein, nicht einmal einen Fuß darauf zu setzen, doch versprach er, es ihm zum Besitz zu geben und seinen Nachkommen nach ihm, als er noch kein Erbe hatte Kind. Hebräer Kapitel 11 Verse 8 bis 10 Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er später zum Erbe erhalten sollte, und er ging hinaus, ohne zu wissen, wohin er ging. Vers 9 Durch Glauben hielt er sich im Land der Verheißung auf wie in einem fremden Land und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, den Erben derselben Verheißung mit ihm. Vers 10 Denn er suchte eine Stadt, die Grund hat, deren Erbauer und Schöpfer Gott ist. Apostelgeschichte 7 Vers 6 Und Gott sprach so, dass seine Nachkommen in einem fremden Land leben sollten, und dass sie sie in Knechtschaft bringen sollten und sie vierhundert Jahre lang misshandelten. Vers 7 Stephen baut eine Basis, mit der die Sanhedrin einverstanden sind, indem er Gott zitiert. Vers 8 Und er gab ihm den Bund der Beschneidung, und so zeugte Abraham Isaac und beschnitt ihn am achten Tag, und Isaac zeugte Jakob, und Jakob zeugte die zwölf Patriarchen. Vers 9 Und die Patriarchen, voll Neid, verkauften Josef nach Ägypten, aber Gott war mit ihm. Vers 10 Und unsere Väter fanden keine Nahrung. Früher normal später Regen. Vers 12 Und beim zweiten Mal wurde Josef seinen Brüdern kundgetan, und Josefs Verwandtschaft wurde dem Pharao bekannt gemacht. Die besondere Erzählung, die Stephanus konstruiert hat, lässt den ersten und zweiten Weg ahnen, den wir als das erste und zweite Erscheinen von Jesus Christus als dem Messias ableiten können. Vers 14 Dann sandte Josef und rief seinen Vater Jakob zu sich und all seine Verwandtschaft, fünf und siebzig Seelen. Vers 15 So zog Jakob hinab nach Ägypten und starb, er und unsere Väter. Keiner der Patriarchen erhielt das Territorium, aber alle wurden darin begraben. Vers 16 Und wurden nach Sichem hinübergetragen und in das Grab gelegt, das Abraham für eine Geldsumme von den Söhnen Hamors, des Vaters von Sichem, gekauft hatte. Joshua Kapitel 24 Kapitel 32 Auf dem Feld, von dem Jakob kaufte, dies fügte ich hinzu, falls einige Leute fragen werden, warum erwähnt wird, dass Jakob es gekauft hat, wenn Abraham es bereits getan hat. Nun, wenn der Besitzer über einen längeren Zeitraum nicht in Besitz genommen wird, wird es schließlich wieder in die Gesellschaft geschluckt, die in der Gegend lebt. Daher wurde es zweimal gekauft, Genesis 49, Vers 30 und 50, Vers 13. Vers 17 Als aber die Zeit der Verheißung nahte, die Gott Abraham geschworen hatte, wuchs und mehrte sich das Volk in Ägypten. Stephanus veranschaulicht, dass Gott diese Schriftzeichen als Propheten für Israel verwendet. Vers 18 Bis ein anderer König aufstand, der Josef nicht kannte. Wer Josef? Wissen wir, wer Josef war? Weißt du, wer Josef war? Hören Sie gut zu und fragen Sie sich, kommt Ihnen diese Information bekannt vor. Erster Gott war sein ganzes Leben lang bei ihm. Zweiter seine ganze Familie glaubte nicht an ihn. Dritter zum Preis eines gewöhnlichen Sklaven verkauft. Vierter er ging ohne Wahl nach Ägypten. Fünfter von seinen Brüdern abgelehnt. Sechster er heiratet die Tochter eines Priesters. Siebter Aufstieg zur zweitstärksten Position. Achter einen neuen Namen bekommen, Zaffanat Panea gleich Retter der Welt. Neunter er wurde zu Unrecht verhaftet und verurteilt. Zehnter diejenigen, die ihn töten wollten, verneigten sich schließlich vor ihm. Elfter die erste Erscheinung war für diejenigen, die glaubten, ihn zu kennen, nicht wiederzuerkennen. Zwölfter als es das zweite Mal enthüllt wird, sind alle erstaunt. Kam es ihnen bekannt vor? Dasselbe wird über unseren Messias geschrieben. Stephanus, der erst seit wenigen Wochen oder Monaten Zugang zu Gottes Heiligem Geist hatte, klärt die Führung der Juden in Jerusalem über ihre eigene Geschichte auf und zeigt anhand vereinbarter Schriftinterpretationen, dass es Hinweise in der Bibel gibt, warum Gott diese Botschaft für sie aufgezeichnet hat damals und für uns heute. Apostelgeschichte 7, Vers 19 Diese handelten hinterlistig mit unseren Verwandten und misshandelten unsere Väter, sodass sie ihre Kinder aussetzten, damit sie nicht am Leben blieben. Jesus und Moses als Babys vom Tod bedroht Vers 20 Zu dieser Zeit wurde Moses geboren und war überaus schön und wurde drei Monate lang im Haus seines Vaters ernährt. Josef und Moses sahen wunderschön aus. Vers 21 Und als er verstoßen war, nahm ihn die Tochter des Pharao und zog ihn auf wie ihren eigenen Sohn. Josef und Mose, in jungen Jahren aus ihren Familien entfernt und woanders aufgewachsen. Vers 22 Und Mose war gelehrt in aller Weisheit der Ägypter und war mächtig in Worten und Taten. Beschreibung von Stephanus früher in Apostelgeschichte 6 zu 8 Vers 23 Und als er 40 Jahre alt war, kam es ihm in den Sinn, seine Brüder, die Kinder Israel, zu besuchen. Vers 24 Und als er sah, dass einer von ihnen Unrecht hatte, verteidigte er ihn und rächte den Unterdrückten und schlug den Ägypter. Vers 25 Denn er meinte, seine Brüder hätten verstanden, wie Gott sie durch seine Hand befreien würde, aber sie verstanden nicht. Bitte gestatten Sie mir, das zu wiederholen, sie verstanden nicht. Jesus, Josef, Moses und nicht Stephan wurden alle missverstanden. Vers 26 Und am nächsten Tag zeigte er sich ihnen, als sie kämpften, und wollte sie wieder versöhnen, indem er sprach, Meine Herren, ihr seid Brüder, warum tut ihr einander Unrecht? Vers 27 Der aber seinem Nächsten Unrecht tat, stieß ihn von sich und sprach, Wer hat dich zum Fürsten und Richter über uns gesetzt? Moses wurde von den Menschen abgelehnt, obwohl er von Gott gesandt wurde. Vers 28 Willst du mich töten wie gestern den Ägypter? Mose nahm es auf sich, zu morden, anstatt Gott um die zweckdienliche Vorgehensweise zu bitten. Vers 29 Da floh Moses bei diesem Wort und wurde im Land Midian verbannt, wo er zwei Söhne zeugte. Josef und Moses hatten zwei Söhne, die sie nach ihren Erfahrungen benannten. Vers 30 Und als 40 Jahre abgelaufen waren, erschien ihm in der Wüste des Berges Sinai ein Engel des Herrn in einer Feuerflamme in einem Busch. Josef und Mose waren Hirten. Vers 31 Als Mose es sah, wunderte er sich über den Anblick, und als er sich näherte, um es zu sehen, erklang die Stimme des Herrn zu ihm. Vers 32 Und sagen, Ich bin der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da zitterte Moses und wagte es nicht, es anzusehen. Vers 33 Da sprach der Herr zu ihm, Zieh deine Schuhe von deinen Füßen aus, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Vers 34 Und nun komm, ich schicke dich nach Ägypten. Vers 35 Er ist sein Prophet, ein Mann, der auch Gott ist. Kommt Ihnen das bekannt vor? Vers 36 Er führte sie heraus, nachdem er 40 Jahre lang Wunder und Zeichen getan hatte im Land Ägypten und im Schilfmeer und in der Wüste. Vers 37 Dies ist Mose, der zu den Kindern Israel sprach, Einen Propheten wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern, gleich mir, ihn sollst du hören. Deuteronomie Kapitel 18 Vers 15 Der Herr, dein Gott, wird dir einen Propheten erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, gleich mir, auf ihn sollt ihr hören. Vers 16 Nach allem, was du vom Herrn, deinem Gott, am Horeb verlangt hast am Tag der Versammlung, in dem du sprachst, lass mich nicht mehr hören die Stimme des Herrn, meines Gottes, und lass mich dieses große Feuer nicht mehr sehen, dass ich sterbe. Nicht Vers 17 Und der Herr sprach zu mir, sie haben wohlgesprochen, was sie geredet haben. Vers 18 Ich werde sie als Propheten aus ihren Brüdern erwecken, gleich dir, und ich werde meine Worte in seinen Mund legen, und er wird ihnen alles sagen, was ich ihm befehlen werde. Wer war Moses und warum benutzt Stephanus Moses als Beispiel? Wir haben gemeinsam gesehen, warum er Josef gewählt hat, jetzt schauen wir uns an, warum Moses. Moses das Dekret des Todes der Kinder wegen des Pharaos Jesus Herodes der Große ermordete viele Kinder, um zu versuchen, ein Jesuskind zu ermorden. Moses wählt zwölf Kundschafter und Jesus zwölf Jünger aus. Beide fasteten 40 Tage und Nächte. In 2. Mose 4,16 verkündete Moses dem Pharao und Aaron, seinem Propheten, von Gott als einen Gott und Menschen, in 1. Timotheus 2, Vers 5, den Menschen Christus Jesus. Ihre beiden Gesichter leuchteten, nachdem sie in der Gegenwart Gottes waren. Beide sind mit dem Gesetz Gottes auf einen Berg gestiegen, einer zum Geben der andere zum Empfangen. Moses stieg vom ägyptischen Palast herab, um Israel zu erlösen, der Logos verließ den Himmel, um herunterzukommen, um sich selbst zu opfern. Beide sind levitisches Erbe, Elisabeth, Tante von Maria, Mutter von Johannes dem Täufer. Nach 400 Jahren in Ägypten hatten die Israeliten bis Moses keinen Hirten und nach Sacharia gab es 400 Jahre lang keinen anderen Hirten in Israel bis zum Dienst von Jesus Christus, der durch die 70 Wochen Prophezeiung in Daniel vorhergesagt wurde. Moses hob seine Hände zwischen zwei Männern auf einem Hügel und durch den Glauben an den Gott Israels gewannen die Israeliten gegen Amalek. Jesus, als er gekreuzigt und am Kreuz zwischen zwei Männern erhöht wurde, diejenigen, die an Gott den Vater glauben, kann durch Gnade bekehrt werden, die sich gegen dieses böse Zeitalter durchsetzt. Halten Sie inne und meditieren Sie einen Moment darüber. Stephen verwendet tiefgreifende Beispiele für die buchstäblichen jüdischen Richter des Sanhedrin, die Jesus Christus Monate zuvor buchstäblich verurteilt haben. Apostelgeschichte Kapitel 7 Vers 8 und 30 Das ist er, der in der Gemeinde in der Wüste war mit dem Engel, der auf dem Berg Sinai zu ihm sprach, und mit unseren Vätern, der die lebenden Orakel empfing, um sie uns zu geben. Vers 9 und 30 Vers 9, denen unsere Väter nicht gehorchen wollten, sondern ihn von sich stießen und in ihrem Herzen wieder nach Ägypten zurückkehrten. Vers 40, in dem er zu Aaron sagte, Mache uns Götter, die vor uns herziehen. Stephanus beweist, dass diese Heuchler Moses erden, aber Nachkommen der Rebellen waren. Dies ist ein Zitat aus Exodus, Kapitel 32, 1 Als nun das Volk sah, dass Moses langsam vom Berg herunterkam, versammelten sie sich zu Aaron und sagten, Komm, mache uns Götter, die vor uns herziehen. Was diesen Moses betrifft, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, wir wissen nicht, was mit ihm passiert ist, Kurzzeitgedächtnis. Zurück zu Apostelgeschichte 7, Vers 41 Und sie machten in jenen Tagen ein Kalb und brachten dem Götzen Opfer da und freuten sich über die Werke ihrer eigenen Hände. Gleichzeitig empfangen sie den Bund des Gesetzes Gottes. Vers 42 Ja, du nahmst die Stiftshütte des Moloch und den Stern deines Gottes Refahn, Figuren, die du gemacht hast, um sie anzubeten, und ich werde dich über Babylon hinwegführen. Amos Kapitel 5, Verse 21 bis 23 Ich bin voll von Brandopfern von Widdern und dem Fett von gefütterten Tieren. Bringt keine vergeblichen Opfergaben mehr, es ist Ungerechtigkeit, sogar die feierliche Versammlung, auch zu finden in Jesaja Kapitel 1, Verse 11, 13 und so weiter. Vers 44 Die Gott vor unseren Vätern vertrieben hatte, bis in die Tage Davids, des geliebten Gottes. Vers 46 Die Gunst fanden vor Gott und den Bundschatten, eine Stiftshütte für den Gott Jakobs zu finden. Vers 47 Aber Salomo baute ihm ein Haus. Vers 48 Doch der Allerhöchste wohnt nicht in mit Händen gemachten Tempeln, wie der Prophet sagt. Das schließt uns ein, wir sind nach Gottes Ebenwelt geschaffen und von ihm gemacht. 1. Korinther Kapitel 6 Vers 19 Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt? Du bist nicht dein. Genesis Kapitel 2 Verse 7 bis 8 Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Erde der Erde und hauchte ihm Lebensatem in die Nase, und der Mensch war ein lebendiges Wesen. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Iden im Osten und setzte dort den Menschen, den er gebildet hatte. Strons Konkordanz Nummer 3.335 Das Wort, das als geformt, gestaltet oder geformt verwendet wird, ist Potter. Wird als Fab und Substantiv verwendet. Welcher Töpfer? Nicht irgendein Töpfer, sondern Sepotter. Dasselbe Wort wird in Jeremia, Kapitel 18, Verse 1 bis 5, verwendet. Dies ist das Wort, das vom Herrn zu Jeremia kam, Vers 2, Dann geh hinab zum Haus des Töpfers, und dort werde ich dir meine Botschaft offenbaren. Vers 3 Dann ging ich hinunter zum Haus des Töpfers und sah ihn an der Drehbank arbeiten. Vers 4 Aber das Gefäß, das er aus Lehm modellierte, zerbrach in seiner Hand, also verwandelte er es in ein anderes Glas, wie er es für das Beste hielt. Vers 5 Da geschah das Wort des Herrn zu mir und sprach, O Haus Israel, spricht der Herr, kann ich euch nicht behandeln, wie dieser Töpfer seinen Ton behandelt? Meine Hand, O Haus Israel Zurück zu Apostelgeschichte 7, 49 Der Himmel ist mein Thron und die Erde mein Fußschimmel, welches Haus wollt ihr mir bauen? Sprich der Herr, oder wo ist der Ort meiner Ruhe? Vers 50 Hat nicht meine Hand all diese Dinge gemacht? Wir wurden geschaffen, um Gottes Heiligen Geist in uns zu haben, das heißt den Baum des Lebens. Vers 51 Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widersetzt euch allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter tatet ihr es auch. Exodus Kapitel 33 Verse 5 bis 6 Denn der Herr hatte zu Mose gesagt, sprich zu den Kindern Israel, ihr seid ein hartnäckiges Volk, in einem Augenblick werde ich in deine Mitte hinaufsteigen und dich verzehren, ich kann wissen, was ich mit dir machen soll. Und die Kinder Israel warfen ihr Zeug am Berg Horeb ab. Diese Heuchler beschuldigen Stephanus der Lästerung, aber er hat gerade in der Geschichte der Heiligen Schrift erklärt, dass nur eine Nation vollständig bereut hat, als sie Gottes Propheten präsentiert wurde. Es war Ninive, Heiden, nicht Israeliten. Apostelgeschichte Kapitel 7 Vers 52 Welche der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben diejenigen getötet, die vorher das Kommen des Gerechten ankündigten, deren Verräter und Mörder ihr nun gewesen seid. Stephanus ändert die Pronomen von »unser« zu »dein« und »hier«, um zu zeigen, dass sie schuldig sind, Gottes Auserwählte ermordet und den Rat von heiligen Engeln abgelehnt zu haben. Vers 53 Ihr, die ihr das Gesetz empfangen habt, wie es von Engeln überliefert wurde, und es nicht gehalten habt. Johannes Kapitel 5 Verse 45 bis 47 Denkt nicht, dass ich euch beim Vater anklagen werde, es gibt einen, der euch anklagt, nämlich Moses, auf den ihr vertraut. Vers 46 Denn hättet ihr Mose geglaubt, hättet ihr mir geglaubt, denn er hat von mir geschrieben. Vers 47 Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Apostelgeschichte 7, 54 Als sie das hörten, schnitt es ihnen ins Herz und sie knirschten mit den Zähnen auf ihm. Vers 55 Er aber, voll des Heiligen Geistes, blickte empor zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur rechten Gottes stehen. Vers 56 Und sprach, »Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur rechten Gottes stehen.« Vers 57 Da schrien sie mit lauter Stimme und verstopften ihre Ohren und liefen einmütig über ihn her. Vers 58 Und warfen ihn aus der Stadt und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes, dessen Name Sol war. Vers 59 Und sie steinigten Stephanus, riefen Gott an und sprachen, »Herr Jesus, nimm meinen Geist auf!« Vers 60 Und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme, »Herr, lege ihnen diese Sünde nicht zur Last!« Und als er das gesagt hatte, schlief er ein. Stevens Beispiel ist unser zukünftiges Beispiel. Gott ist der Lenker unseres Lebens. Als wir uns also ergaben und uns taufen ließen, gaben wir Gott Autorität in unserem Leben, seinem Geist zu folgen. Moses liebte diese heilstarrigen Israeliten so sehr, dass er in Exodus, Kapitel 32, Vers 32 zu Gott sagte, »Doch jetzt bete ich, wenn du ihre Sünde nicht vergibst, streiche mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast.« Oder das perfekte Beispiel, dem wir folgen sollen, ist unser Messias, sagte er in Lukas Kapitel 23, Vers 34. Dann sagte Jesus, »Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.« Und sie teilten seine Kleider und warfen das los. Zusammenfassung Brüder und Schwestern, ich wollte sie nicht deprimieren, sondern im Gegenteil, ermutigen sie uns alle, wenn diese Verfolgung kommt, Gott wird uns niemals allein lassen, niemals, es sind nur wir, die sich entscheiden können, ihn zu verlassen. Matthäus 5, Vers 18 Denn gewiss, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird kein Jota noch ein Tüpfelchen vom Gesetz vergehen, bis alles erfüllt ist. Wenn wir Gottes Feste feiern, lasst uns froh sein, dass unser Gott uns in den Plan eingeschlossen hat, viele seiner Söhne zu der Herrlichkeit zu bringen, die darin besteht, Gott den Vater und seinen Sohn zu kennen. Halleluja! Halleluja!